Ich habe Probleme mit dem iPhone gehabt, sieh... Okay, das ist krass natürlich. Ich hatte, wie gesagt, komischerweise noch nie Probleme damit. Und ich finde halt das so schön, dass da nicht unbedingt jede App in den App Store kommt, weil das nämlich durch... Ach Gott, Kabelsalat hier unten um mich herum. So, ähm... Ja, kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt toll ist oder nicht. Aber wie gesagt, die Apps werden auch strenger kontrolliert. Gut, ähm... Ich hatte jetzt auch nicht vorausgesetzt, dass sie das Handy brutal misshandelt. Oder so. Wie gesagt, das sind natürlich... Ja, das ist immer so. Ich habe, wie gesagt, nur gute Erfahrungen mit Apple-Geräten. Aber andersrum kann es natürlich auch so sein. Ich habe das 6S und das hatte mich bisher noch nie in den Stich gelassen. Aber wie gesagt, Erfahrungen... Erfahrungswerte sind verschieden. Das ist wirklich verschieden. Und wenn man natürlich nur Ärger mit dem Gerät hat, ist es natürlich nicht so schön. Ist natürlich auch verständlich. Wenn die zum Beispiel meinen beiden Grafikkarten dauernd ihren Geist aufgeben würden... Würde ich auch sagen, ja, die Grafikkarte ist nicht so toll. Aber andere... Müssen das gar nicht haben. Ist halt immer so ein Unterschied. Also ich kenne halt welche, die haben nur Ärger mit Samsung-Geräten. Und irgendwie... Weiß ich nicht... Ich komme mit Android nicht so gut klar. Ich sage mir irgendwie auch nicht zu. Oh, gut, dass ich jetzt richtig... Also gut, dass ich Schnabel oben hatte. Sonst hätte ich nämlich irgendeine falsche Attacke gewählt. Wäre nicht so schön. Und Stufe 28. Juhu! Und Pfadfinderin Watt damit besiegt. Du bist ein harter Brocken. Nun, nicht... Oh Gott, nein! Lass es. Frank, lass es am besten. Was? Ich hasse... Vico? Ich habe ein Huawei... Und nur 7. Was ist denn... Was ist denn Vico? Klär mich mal auf. Und hallo, wildes Zubat. Warte, das war ein wildes... Da konnte man entkommen. Heißt aber, wir müssten bald... Bald am Ende dieses Tunnels sein. Es müsste bald ein Licht am Ende des Tunnels sein, oder so ähnlich. So, was haben wir hier noch? Okay. Doppelte Leistung. Okay, doppelte Leistung als iPhone. Das ist natürlich ordentlich. Hat es schon 8 Kernprozesse, oder was hat das drinne? Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Eier. Ja, ich muss hier durch. Ach, das war eine Frau. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Um das besser zu vertonen. Und ein Miauzi. Nein, nur Mauzi. Ich weiß. So, was haben wir hier noch? 8 plus 1 Kern. Wahrscheinlich einer als Grafikchip, ne? Könnt ihr mir jetzt vorstellen. Ist eigentlich krass, oder? So, was wollen denn die Leute von mir? Ich streame hier. So, was haben wir denn hier auf meiner 1Web.de Adresse? 7 Kp abgezogen? Moment. Das kann ich nicht tolerieren. So, was ist das denn hier? Via Via Playstation. Irgendwelche Sommerangebote. War das ein Crit, oder war das? Ach nee, Quatsch. Angriff sinkt. Egal. Ist egal. Es ist ein Blubber. Es ist eine Spezialattacke. Ja, 8 plus 1 Kern. Und ein Myraplar. Warte mal, wen haben wir da? Kadabra brauchen ein bisschen Training. Oh, da sind wir ja bald in Lavender Town. Sehr gut. Weil wir dann nämlich... ...das Kadabra endlich in Bim umbenennen können. 2,2 Giga erst pro Kern. Boah, heftig. Also ist schon irre, was die Geräte alle haben. So, Taubsi... Ach komm, das besiegt man auch hier. Konfusion! Ähm... Warte mal, was hat denn mein Intel Core i7-6700? Ich glaube, der hat 3,4 GHz. Pro Kern könnte man aber wohl auch auf den Multiplikator 40 stellen, dass ich 4 GHz pro Kern habe. Aber mir reicht die Leistung, die ich habe. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Schnief, Schnüff. Das ist ja nicht mein Verschulden. So, was haben wir hier noch? 64-Bit-CPU. Gut, das sollte ja mittlerweile Standard sein, oder? Obwohl, bei Smartphones bin ich mir da nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, mein Apple-Gerät funktioniert. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Was ich halt bei... Also ja, Android hat mehr Möglichkeiten. Bloß die Entwickler... Also ich war ja selber mal bei einer Entwicklung von App mit beteiligt. Nicht als Programmierer. Es war einfacher, also haben die immer gesagt, auch von der Fehleranfälligkeit für Apple, also für iOS zu programmieren, als für Android. Weil du hast bei Apple nicht so viele verschiedene Spezifikationen, wie es dann bei Android-Geräten der Fall ist. So, ja, Fels-Tunnel. Mehr stand da auch nicht. Okay, der ist immer noch 32-Bit. Ja, gut. Fels-Tunnel. Ich versuche mich jetzt mal hier an den Trainern vorbeizuschleichen. Hier musste was sein. Witzig ist ja, dass die Apple-Prozessoren von Samsung hergestellt werden. So. Gut, jetzt sind wir erstmal in Lavender-Town angekommen. Ich werde nämlich erstmal meine Pokémon heilen. Ziv-Scope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Zivko. Deswegen lohnt es sich auch noch gar nicht in den Turm reinzugehen. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. So, jetzt wären wir alle total depressiv. Ach ne, hier waren ja die binauralen Töne gar nicht drin. So, ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. So, was haben wir hier noch? Wolltest du dir eigentlich State of Decay 2 ganz rauskommen? Ne? Ne, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal den ersten Teil gespielt. Tragosso tragen Schädelmasken. Schädelmasken. So. Man zahlt für sie eine Menge Geld, oder? Ja. Richtig. Das ist Tierquälerei. So, jetzt werden wir erstmal unsere Pokémon ein bisschen tauschen. Und zwar... Ich vermisse das tolle Feature des Pokémon-Bewegens. Ähm, wir werden ganz einfach das nutzlose Radfratz ablegen. Ich hoffe, dass ich es nie bereuen werde. Und werden jetzt ein brauchbares... Macholo eintauschen. So, was haben wir denn hier noch? Okay. Worum geht es denn State of Decay? Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fan davon. Also, wenn das jetzt so Apokalypse und Zombies ist, da bin ich eigentlich eher nicht so der Fan, aber... Aber naja, gut. So. Ich komme jederzeit wieder vorbei. Genau. Ähm, warte mal. Macholo. Haben wir hier. Erstmal gucken wir uns den Status an. Angriff. Angriff. Genau, das ist ein physischer Angreifer. Was anderes habe ich aber auch nicht erwartet. Und kann den Karate-Schlag. Warte, welchen Level haben wir hier? 17. Oh, der hat aber noch ganz schön Training notwendig. Nötig. Nicht notwendig. Das Team Rocket würde für Geld alles tun. Ja, und sich auch Prostituieren. Ist mir klar. Ähm, mit dir haben wir gesprochen. So, damit sich hier der eine Zuschauer nicht umbringt, ne, werde ich mal schön über diese Musik drüber reden. Lavendia, Pokémon House. Damit hier ja nicht sowas kommt. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Ah ja. Lavendia, die edle, violette Stadt. Sieht man hier nur leider nicht. Ah, drüttdüttdüttdüttdüttdütt. Zombie-Survival-Game mit Baseball. Oh, ne, ist nicht mein Fall. Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein? Haha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Er ist ein Handabdruck. Ich habe hier, ähm, äh, warte, wie hieß denn das? Magnesia. Ähm, weil wir hatten beim Training manchmal auch Turmunterricht. Also Training. Und, ähm, damit deine Hand sich nicht, also die Haut sich nicht so aufreißt, nimmst du ja Magnesia. Und da habe ich es mal bei einer Trainingskameran so gemacht. Sie hatte gerade ihren Popo so schön hingehalten. Hat eine schwarze Tide an. Ich Magnesia auf der Hand gemacht. Ach, Bäm, hat sie erst mal Handabdruck am Popo. Ja, so gemein war ich. Ich gebe es zu. Aber ist halt so. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Ich kenne sogar einen Top-Beleber. Und eine Top-B. Leber. Versteht ihr? Das ist halt eine Leber mit B vorne dran. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Ja, eine Stadt weiter westlich. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ähm, da, 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 da. Oh, Super-Bälle. Fällt mir immer satt ein Super-Ball ein. Zack. Erstmal darf man welche kaufen. So, was haben wir denn hier? Schau dir an. Aha. So. Okay, Super-Trank. Da kaufen wir auch mal fünf Stück. Sollte für den Anfang reichen. So, ein paar Beleber können wir auch mal holen. Rein rechnerisch ist der Superschutz am effektivsten. So, wir haben ja genügend Poké-Dollar. Bei der Superschutz, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Superschutz am besten. Ach, komm. Dolo, wir kaufen mal ein paar. Kann man ja immer gebrauchen. Die anderen brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. So. Dann. Weiter soll es gehen. Nämlich in das nächste Haus. Wer bist du denn? Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Und welchen Pokémon soll ich den Spitznamen beurteilen? Ähm, warte, 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 warte. Wo haben wir dich? Hier. Der Spitzname, ähm, ja, der Spitzname ist Kadabra, oder? Ein schöner Name. Gefällt dir dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja, nein. Ja, gut. Ähm, gut. Wie soll der neue Name lauten? Kleiner in... Also wie gesagt, Abra, Kadabra, Simsala, Bim. Deswegen nenne ich es Bim. So, und jetzt gehen wir auf ED. Wir enden. So, okay. Der neue Name dieses Pokémon ist Bim. Ein noch schönerer Name als zuvor. Okay, wenn er meint. Oh, was haben wir hier noch drinnen? Ja, jahuuu. Ja, jahuuu. Oder so ähnlich. Ich hasse dieses folgtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dracos, sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Leider war, leider war. So, in Mathematik, der das spielt Pokémon, der Traum jedes Schülers. Ja gut, ne? Muss sein. Ähm. Warum sollte man das auch nicht tun dürfen? Okay, wir werden erstmal Folgendes tun. Wir werden noch nicht zur nächsten Stadt aufbrechen, denn wir können hier noch ein Stück südlich wandern. Ähm. Wie gesagt, das Macholo braucht ein bisschen Training. Aus diesem Grund erstmal hier so anordnen und dann Macholo an die erste Stelle. Vielleicht kannst du ja schon ein bisschen Bad regeln. Schauen wir mal. Obwohl ich mir vorstelle, dass es ziemlich wässrig hier wird. Wir sind hier auf Route 12, Norden Lavandia. Genauso ist es. Was haben wir hier? Einfach nur ein Steg, der zum Ende führt. Gut. Also. Weiter gehen Süden. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Oh, die Treppe ist ein Ausguck. Okay. Gehen wir mal zum Ausguck. Was haben wir denn da Schönes? So. Hier haben wir unter anderem... Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. TM39. Was haben wir denn das nochmal? Item. TM39 ist... Sternschauer. Okay. Nee, wollen wir aber trotzdem nicht beibringen. Ich glaube, das war die Attacke mit Treffer-Garantie. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst den Pokémon-Turm. Ja, das hört sogar von der Himmelsrichtung her hin. Das aus Gen-Norden einfach weggeht. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst einen angelnden Mann. Wow. Das ist auch sehr aufregend zu beobachten. Muss man so schon mal sagen. Gut. Ähm... Ja, ich werde trotzdem erstmal...